Mit einem Doppelklick auf eine beliebige Grafik blenden Sie die Bildtools ein. Ganz links finden Sie die Werkzeuge zur Bildbearbeitung. Hier können Sie ein Bild verschwommener oder schärfer darstellen. Für eine Vorschau zeigen Sie auf eine Variante. Keine Sorge, mit Ihren Augen ist alles in Ordnung. Das Bild ist nur etwas weicher geworden. Um es wieder zu schärfen, lassen Sie den Mauszeiger nach rechts wandern. Mit einem Klick weisen Sie die Änderung der Grafik zu und mit der Escape-Taste brechen Sie das Ganze ab. Das nächste Werkzeug kümmert sich um alles, was mit Farben zu tun hat. Auch hier gilt, zeigen liefert eine Vorschau, klicken macht Nägel mit Köpfen. Die künstlerischen Effekte sind, nun ja, künstlerisch und ganz bestimmt eine feine Sache für den heimischen Dia-Abend. Mithilfe des Freistellwerkzeuges radieren Sie unerwünschte Bildbereiche weg bzw. lassen radieren. Mithilfe des Freistellwerkzeuges rodieren Sie unerwünschte Bildbereiche weg wird. Mithilfe des Freistellwerkzeuges imagem und regelrentá bury. Mithilfe des Freistellwerkzeuges